Das ist die 32. Videodepesche des Abgeordneten Manfred Grund mit dem Titel Momente vom 22. Mai 2009. Berlin erwacht. Und ein Mai morgen in Berlin kann auch sehr schön sein. Nicht jeden Tag hat man einen Blick dafür. Wenn der Politikbetrieb den Tageskalender bestimmt von morgens bis abends, verliert man die Jahreszeiten aus dem Blick. Man braucht also einen besonderen Blick auf Berlin. Und ich habe diesmal einen Praktikanten, einen jungen Mann, David Ramm, der eine Fotografenausbildung macht und der durch seine Kamera diesen besonderen Blick auf Berlin, auf den Bundestag, auf den Politikbetrieb im Deutschen Bundestag hat, der mich einige Tage begleitet hat. Es sind interessante Bilder entstanden aus einer Perspektive, die wir nicht alle Tage haben. Und ich freue mich sehr, dass David Ramm diese Zeit bei mir war und diese schönen Bilder, die gleich zu sehen sein werden, entstanden sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Videodepesche stammen von David Ramm Diese Videodepesche war ein Download von www.manfredgrund.de